Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute an meiner Seite Leila. Ein kleiner Applaus für Leila, bitte. Und meine Schwester Aki. Hip, hip. Hip, hip. Ja, ich habe euch ja die Chance gegeben, 5 Fragen an meine beste Freundin zu stellen und 5 Fragen an meine Schwester zu stellen über mich. Und wir werden alle Fragen, also bitte Mädels, ich werde die Fragen jetzt auch zum ersten Mal lesen. Ich habe schon mal so überflogen, das waren echt witzige Fragen dabei. Und diese Fragen werden jetzt alle 100% ehrlich beantwortet. Fangen wir doch mit dir mal gleich an. Ist Jennifer launisch? Ja, sehr. Hey, du bist so eine Verteilung. Das hat die Talon hier. Ja, ich dachte ehrlich. Wann bin ich denn an launisch? Du kannst schon sehr launisch sein. Ja, das ist gar nicht wie klingst du bezorgen. Ja, es ist so. Ach, sowas wird das jetzt hier. Wann bin ich jetzt in der Intervention? Ihr habt keinen Brief geschrieben, Mädels. Aber jetzt, unschissens. Ja, die ist sehr launisch. Sehr? Ja. Und es geht ganz schnell. Ja, so von nur launisch. Was schätzt du an Jenny und was geht überhaupt nicht? Überhaupt nicht geht, dass Jenny immer, das Problem ist, Jenny ist ein sehr nerviger Mensch, weil wenn sie irgendwas will, wiederholt sie es 100 Mal und fragt 100 Mal, ob man es verstanden hat. So als wäre man dumm. Aber man hat es schon tausend Mal verstanden. Ja, Jenny ist sehr großzügig. Hast du das erwartet? Ja, also sie ist halt sehr, sie teilt gerne und ist nicht so, sie ist nicht geizig oder so, sondern sie ist halt, sie gibt gerne, sagen wir mal. Ja, ich gebe echt gerne. Das stimmt. So, Axi, dann würde ich sagen, dann fragen wir doch mal dich, was war dein peinlichstes Erlebnis mit Jennifer? Das peinlichste Erlebnis mit Jennifer war, als sie im Club einfach hinter die Couch gekostet hat. Das schlimmste, was ich je mit ihr erlebt habe. Sympathisch. Und es war echt peinlich, weil jeder hat es gesehen und alle kamen dann auf uns zu. Man muss dazu sagen, alle sind auf den Club geflogen und ja. Man muss aber dazu sagen, die Couch, die stand vor einer Fotowand. Also die Couch war eigentlich da, wo das... Das ist ja doch peinlich. Sie wollte also kurz chillen. Ich wollte nur kurz chillen. Und dann habe ich gemerkt, okay, vielleicht hast du vielleicht ein Tequila zu viel. Und dann kamen das alles wieder raus. Ein paar Kotz-Selfies. Was ist Jennys größte Macke? Oh, ihr zu spät kommen. Ja, also dein zu spät kommen ist schon echt. Ja, das ist total schlimm. Es ist wirklich so eine Sache, die ich auch einfach nicht so wirklich so... Ich will das gar nicht. Es ist mir auch unangenehm, aber das ist die einzige Sache, wirklich, wo ich sage, das ist eine Macke von mir. Das ist eine starke Schwäche von mir und das nervt mich selber auch, weil ich eigentlich meinen Tag immer so plane, dass das nicht passiert. Aber es passiert dann. Das ist irgendwie so... Weiß nicht, das Universum zieht das anscheinend an bei mir. Hä? Wie verrückt ist Jennifer? Manchmal zu verrückt. Was? Ja, du bist schon verrückt. Du bist echt verrückt. Ja, du bist schon verrückt. Du kannst schon echt verrückt sein. Ja. Echt? Auf jeden Fall. Zum Beispiel? Ja, wie zum Beispiel, wenn du deine fünf Minuten hast, dann holt dich da keiner raus. Da bist du in deinem Film und bist es dir selbst reich, machst du weiter. Egal, ob dir jemand zuhört oder nicht. Ja, aber ist doch so. Auf welchen Typen Mann steht Jennifer eigentlich? Wie meinst du jetzt Typen? Also... Vom Charakter her oder vom... Sowohl als auch. Die Frage ist sogar, ey. Sowohl als auch. Ich finde es auch interessant. Das ist so glasklar. Leila, entfäuscht mich nicht. Jetzt kommen wieder diese Walutten. Leila? Aber das ist... Aber ich weiß gerade nicht, was genau ich da... Aussehen und... Ja, wo du... Wo du so denkst... Ich hab keine... Also... Du weißt nicht... Leila, Jenny hat auch... Den Menschen, den ich mal angemeldet habe. Weißt, was wir haben am absoluten... Das ist so... Der Traumschick. So aussehen wie sie... Ja, so Sunnyboy-mäßig. Auf jeden Fall. Ja. Kein Bart. Doch. Nein. Also jetzt aber nicht so... Du weißt besser als ich... Ja, du siehst ja, dein Ex-Vorant, ne? Vielleicht so ein kleiner, ganz kleiner, 3-Tage-Bart. Aber mehr auch nicht. Mehr auch nicht. Und wirklich nur blond. Nur blond. Ne. Also so ein richtiger Bart, so... Also so Südländer oder so... Das stimmt nicht. Nein, das ist falsch. Es gibt auch... Ich finde auch... Ne. Ne. Ja, okay. Aber der einzige Südländer, den sie für im Schild ist, vielleicht Elias Embaric. Und der hat auch jetzt nicht so... Finde ich schon nübsch. Finde ich schon nübsch. Das ist jetzt der ein... Aber du... Du musst sagen, du bevorzugst auf jeden Fall so... diese Ryan Goslings. Ne. 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 Ist gar nicht so. Also ich... Ich weiß nicht. Ich weiß, das denkt man. Oder so Surferboy. Ja, das... Da bist du schwach. Aber ich muss sagen, da bist du schwach. Ne. Da bist du mal ganz vorne dabei. Ne. Ne. Ja, so die P1. Ne. Die P1. Ne. 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 Die P1. Die P1 voll eklig. Hört doch mal auf. Ne. Aber ja. Ja, warte mal. Die Typen. Gehen wir bitte eins mit 19. Die P1. Typen in die 1. Wann finde ich... Finde ich... Jetzt sag mal ganz ehrlich, bitte. Finde ich so... So schlöseln. Entschuldigt bitte meine Augen. Finde ich so was schreit? Voll eklig. Überhaupt nicht mein Ding. Gar nicht meine Welt. Und es gibt auch braune Menschen... So zu sagen, nein. Mit braunen Haaren und so. Oder... Man, auch anderes. Das ist ja aus dem Konzept. Leute, Südländer auch. Ja, finde ich auch schön. Gibt es auch. Aber, ja. 2000 Jahre später. Möchte Jennifer heiraten? Du bist doch nicht voll auf heiraten aus. Nein, man, gar nicht. Also, ich hoffe, ich hoffe das noch. Ich würde auch sagen, also, für sie ist es jetzt nicht so, dass sie so jeden Tag aufsteht und den Gedanken, ey, ich würde echt gerne jetzt heiraten. Aber, wenn es passt, dann wird sie es auf jeden Fall durchziehen. Ja, denke ich auch. Ja, aber es ist jetzt so, für mich einfach nur so, es gibt ja Mädels, für die ist das ja wirklich eine Lebensaufgabe. Nein, also, die wollen unbedingt heiraten. Also, ich will heiraten, ja, aber es ist meine Lebensaufgabe. Und du willst auch unbedingt heiraten. Ich will heiraten, ja. Also, ich will aber auch, ich will ja nicht jetzt heiraten. Ja, aber ich meine schon, das ist für dich einfach so ein Punkt, das geht nicht, dass du es nicht machst. Nee, also, für mich ist es halt so schön. Es ist halt so, ich finde es auch schön, aber ich finde einfach so, eine Ehe einzugehen, eine Ehe ist so was ganz Besonderes. Und, ähm, ich sage dir, wenn es passt, man macht es nicht einfach so. Und das ist einfach so der Punkt, finde ich. Ich finde einfach, wenn man... Ja, ich sage einfach so, wenn man halt, wenn man, wenn man sich fühlt, Und jetzt, also, jetzt im Moment, das ist für mich verantwortlich, für mich auch nicht. Ey, das ist wirklich schwul. So, was war, und das ist jetzt die letzte Frage, da bin ich auch gespannt, was von beiden Seiten kommt, ob ich das auch so empfunden habe. Was war unser schlimmster Streit, Lena? Und was war unser schlimmster Streit, Aki? Das war ne Scheiße, Mann! Ich brauch Hühnchen mit Reis! Hühnchen mit Reis! Naja, also wir haben uns mal gestritten und, ja, den Grund sage ich jetzt nicht. Äh, aber es hat wie ein Jahr, eineinhalb Jahre gedauert, bis wir uns dann wieder vertragen haben. Ja. Ja, 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 so keine Beziehungsmänner hattet ihr beide. Ja, wir mussten mal ein bisschen auszeigen. Ja, aber wir haben gemerkt, so, und das ist auch schon ganz lange her, wir haben gemerkt, so, wir gehören zusammen. Und, äh, ja, und haben dann das Kriegsbeizung sozusagen. Und am Spielplatz begraben, haben wir Friedenspfeife geraucht und seitdem... Ja, Jenny und ich streiten uns jeden Tag, deswegen so schlimmster Streit, keine Ahnung, fällt mir jetzt nicht wirklich was ein. Wir hatten schon viele komische Streitereien, die echt cringe waren, aber... Nein, die waren nicht cringe, wir waren alle berechtigt. Das Problem ist, Jenny wird immer sehr schnell sauber. Das stimmt überhaupt nicht. Aki ist so eine Person und dann ist so... Nein, ich muss sagen, Aki ist so jemand, Aki... Sie ist die Ruhe in Person, oh mein Gott, Leute, ich schwöre... Warum machst du so eigentlich? Weil ich bin... Das stimmt nicht, du bist nicht ruhig. Nein, da wärst du ruhiger, Jenny oder ich. Ich soll ehrlich sein, ne, ihr seid schon beide vor dir. Also, es ist so, doch, ihr könnt beide Aki, du auch. Wenn du sauer bist, kannst du richtig sauer sein. Okay. Will ich mich rollen? Ich hoffe, ihr habt so einen kleinen Einblick mal so ein bisschen in mein Privatleben gewonnen, weil ich bin ja schon so jemand... Nee, du bist ja verschlossen. Ja, der einfach so, ich weiß nicht so, ich poste echt immer wenig mit meinen Freunden so, weil ich einfach irgendwie, ich weiß nicht, das ist irgendwie so, so meine Privatzone so und da bin ich so, ja, das ist so mein Ort so für mich, so mein Rückzugsort. Das ist so eine Sache, die ich einfach weniger teilen möchte oder bis jetzt wollte. Aber ich fand es auch einfach mal ganz lustig so und ich finde es auch schön, wenn ihr auch mal einfach diese Leute kennenlernt, weil die sind einfach eine sehr wichtige, also die spielen eine wichtige Rolle in meinem Leben und ihr wisst ja, mit euch teile ich auch so gut wie alles und wieso dann nicht sowas hier. Und ja, ich hoffe, dass ihr vielleicht auch ein bisschen schmunzeln konntet. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert meinen Channel, abonniert mich auf Instagram, abonniert auch gerne diese beiden... bei den beiden wunderbaren, wunderbaren Gesellenen auf Instagram und Dankeschön fürs Einschalten. Möchtet ihr noch abschließend vielleicht ein paar Worte sagen? Ja, das war's. Das war eine nette Runde. Ja, wir haben einiges zu besprechen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber das machen wir mal, wenn die Kamera aus ist. Danke fürs Einschalten.